Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Outlast Whistleblower. So, ja. Wir sind jetzt an einem Ort, wo ich gar nicht genau weiß, ob ich hier wirklich sein möchte. Sieht sehr nach Zellentrakt aus. Natürlich haben wir wieder eine Batterie. Und natürlich war sie wieder im Schatten. Okay, ich bin gelaufen. Ich dachte gerade schon, da ist wieder was um die Ecke. Jetzt bin ich nicht gelaufen. Hallo? Der zittrige Atem ist erstmal vorbei. Hallo? Aha, muss ich jetzt durch die Pampa oder was? Was wollen wir... Was war das? Was ist da gerade ins Wasser geklatscht? Oh, da wurde ich jetzt. Okay, ich habe echt gedacht, ich werde jetzt irgendwie am Bein gepackt oder so. Aber das wäre ja wahrscheinlich zu offensichtlich gewesen. So. Battery. Und, ähm, ja. Weiter, ich will. Ah ja. Ich gehe da mal wieder. Ja, äh. Ob der gesprungen ist? Oder ob ihm nachgeholfen wurde? Hallo? Ist jemand da? Hm. Na. Ich wollte gerade was gesagt haben. Aber dieses komische Zichen, ähm, hat mich wieder beunruhigt. Ist es. Oh Gott. Hoch. So. Ich denke mal, jetzt sind wir auch bald oben. Ja, sieht ganz so aus. Jetzt aufpassen, dass nirgendwo eine Platte fehlt. Gut. So, und jetzt? Ah ja, jetzt muss ich nochmal durchs Fenster. Ich habe ehrlich gesagt leicht vergessen, was ich hier oben soll. Aber es scheint der richtige Weg zu sein. Oh Gott. Oh Gott. Ach! O Gott. Um! Oh Gott. Nein, das ist okay. Nein, ich habe nichts gehört. Nein, ich habe nichts gehört. Ich habe nicht aufgehört zu reden, das finde ich gar nicht gut. Okay. Das ist jetzt kaputt. Okay. Okay. Der hängt da ein bisschen ab. Ich will einfach nur noch hier raus. Okay. Okay. Ich gehe einfach mal hier lang. Was? Was? Wo muss ich denn jetzt hin? Das sieht aus, als könnte ich es wegschieben. So. Was? 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 Oh. Oh. So. Dann hier lang. Und jetzt. Ich sehe so wenig. Ah ja. Das könnte... Fassen. Was? Nein. Nein. Dann. 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 hier richtig? Hallo? Alter! So. Ich wechsle besser kurz. Ich habe mich überrascht, dass ich nicht zu essen habe. Wir haben uns vorher schon gesehen, nicht wahr? Ich weiß, dass ich dein Gesicht habe. Jaaa Also ich denke ich muss irgendwo nach da hinten Oh man Sooo Ah 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 Das sieht alles so verflucht gleich aus. Das sieht alles so verflucht.